jimmy was machst du da ist eine höhle da ist echt eine Höhle da liegt sich im Lava-Gelächter also das Gelände ist nachdem kaputt gegangen ja ich habe das Gelaber gehört oh wenn wir jetzt die Wand treffen, Alter ich glaube unten Autsch nicht so nah an dem Dingsler ja deswegen bleibe ich ein bisschen mit dem Fernsehen Autsch ich höre Wasser kommen wir nach unten so der der jetzt nichts macht der soll jetzt halt Fackel halten mich halten doch ach nicht oh ho war ganz wie boah boah ich dachte gerade eben die Schuttgart das hat gerade so gut da rechts ist das Kupfer oder was ist das es ist Kupfer gehen wir erstmal rechts ja dann bau es mal ab boah ich hab Angst vor dem Morde sein ich nicht komm die Kämmer komm die Kämmer komm die Kämmer ja wenn jetzt reinspringen bist du der Arsch aaaah ach mann das meine ich deswegen der bleibt ja da drin stecken der bleibt ja da drin stecken komm drauf 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 Autsch au so jetzt kann ich wieder runter kommen ey mein Grab ist bei deinem mein Grab ist bei deinem Fisch kommst du hoch lass dich einfach sterben das 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 manche lichtbox die rangen der geld ist manchmal echt lieblich mhm komm bitte flieg denn die Miene runter ey komm her hier gib mir Items so warte das so und was heißen ich hab kein Eisen und Jimmy hat viel Silberohr 2 mehr hab ich nicht ich hab nicht ich hab nicht slo-mo also der guide ist ja echt blöd du schnitt schnitt so jetzt hab ich Sprachaktivierung gemacht ah keine ahnung außerdem ist mein Bruder zurzeit weg ich weiß nicht wie lang aber er ist weg das ist jetzt nicht so komm her was gold 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 so ein nächster gold so 44 geteilt durch drei ist ich will selber ich will selber das ist lange nicht hier du hast du zwei silber gegeben also bekommst du kein selber was böse wie mir selber ja wie der hat alles selber geklaut von mir er hat auch alles wie war von mir geklaut zwei er rechnet scheiße meine du bekommst ein weniger und jeder bekommt zehn selber bagen die 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 wird es 10 Prozent Speed plus 9 Prozent also ich brauche mein Silber auf die Rüstung ich brauche Goldrüstung, das kann dauern mhm wenn wir sagen wir mal komplettes Set haben also egal welcher ist einfach nur Helm Rüstung und Hose ja dann gehen wir alle zu dann gehen wir alle Korruption suchen und holen uns mal wegser kaputt ja wenn wir erst mal alle eine Plätte ist also einfach nur Helm Oberteil und Hose haben da gehen wir an Shadow Orb zerstören ich bin bereit für was für was toll ey schau mal mein Schwert an ne äh Iron äh ich hab ähm Hurtful Iron Broadsword äh lol lol boah das ist übel ich hab deadly überwurte Koppersword ist eigentlich ein bisschen besser ey mein Koppersword ist irgendwie besser will jemand? nö ähm hat jemand noch einen Koppersword? Hilfe! äh 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 Domi ja ähm gib mal ein ähm ähm bah Fuh Koppersword koppersword dann hab ich nämlich voller Rüstung von Koppersword was soll ich dann für ne Rüstung machen? Keine Ahnung Füße ich könnte es eigentlich mehr ein ahhh jetzt check ich wie jemanden blocken kann einfach einen Rechtsklick drauf machen ups geht's? mit Rechtsklick? ja und ähm äh ich brauch doch 20 also äh fünf mehr bitte ja ich hab nur noch jo genial ich hab da kein mehr mein Schwer Enkellingsweiter Ahnüttemberg ja es stimmt mich wirklich nicht müssen gerade so oft von ich kann jetzt stellen vor mir schon mal wie ich ausschaut auf h 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 du rockschlis Bildchät G ähm ähm können die mir jetzt äh also Sternefarm gehen okay gemals ich bin ich bin ein ähm Schokole ey ich hab in Schokolade gebadet in Karamell ja warte ich hol das Kopp ja jo ich schaue ich mich um und formen Sieg helfer hilfe die Typen die dich angreifen äh was ist das what the fuck au au auch man ich will nicht die köln das dauert mir zu ewig hilfe 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 ort wie zombies ich habe auch scheiß zu wie ich bin echt ja da ist mir schlucht das ist doch aber ist ja noch ganz schön viele chefs drin glaube ich nein will jemand schlecht auch scheiße bin ich blöd jetzt habe ich außerdem zwei hosen ja dafür brauche ich einen helm welchen weiß ich nicht das ist das normale